Ralf Schumacher hat sich vor wenigen Tagen mit einem Foto von sich und seinem Freund Etienne auf Instagram geoutet. Jetzt folgt das nächste süße Bärchenfoto. Ralf Schumacher, 49, liebt einen Mann. Vor gut einer Woche hat der ehemalige Rennfahrer die Bombe auf Instagram platzen lassen und zu einem Foto von sich und seinem Partner Etienne geschrieben. Das Schönste im Leben ist, wenn man den richtigen Partner an seiner Seite hat, mit dem man alles teilen kann. Mit ihm soll Ralf bereits zwei Jahre zusammen sein. Das Paar lebt zusammen in Südfrankreich und Südafrika. Jetzt versorgt er seine Fans mit dem nächsten süßen Bärchenfoto. Ralf Schumacher und Etienne waren im Restaurant Poisson essen. In seiner Instagram-Story teilt Ralf ein Foto aus der Story vom Restaurant Poisson in Köln. Auf dem Foto strahlen Ralf, Etienne und Ralf Mahenke, der Inhaber des Restaurants, in die Kamera. Friends Forever, CDT, Freunde für immer, schreibt der Restaurant-Inhaber dazu. Ralf versieht die Story mit, ein guter Abend für alle. Auf sein Outing gab es jede Menge positive Reaktionen. Unter anderem freut sich Ralfs Sohn David, 22, der aus Ralfs früherer Ehe mit Cora Schumacher, 47, stammt, über das Outing seines Vaters. Es freut mich sehr, dass du endlich jemanden gefunden hast, bei dem man wirklich merkt, dass du dich sehr wohl und geborgen fühlst, egal ob Mann oder Frau. Ich stehe zu 100% hinter dir, Papa, und wünsche euch alles Gute und herzlichen Glückwunsch, schrieb David zu dem Instagram-Beitrag seines Vaters. Aber auch Bill Kaulitz, 34, reagierte auch das Outing, er postete das Bild von Ralf und Etienne in seiner Story und versah diese mit einem vor Freunde weinenden und einem Herz-Emoji. Bill Kaulitz hat selbst eine lange Zeit seine Sexualität verschwiegen und kann sich deshalb nur zu gut in Ralf Schumachers Lage hineinversetzen kann.